Hier comes the Sun, Bernd Wolf. Nicht nur ein strahlendes Schmucksortiment, sondern auch ein sonniges Traditionsunternehmen. Und was die aktuell in der Schmuckkollektion zu bieten haben, das schauen wir uns jetzt an. Hier comes the Sun. Ich sehe strahlende Gesichter, Bernd Wolf, ein Familienunternehmen. Genau. Mittlerweile ist es so, dass alle unsere drei Kinder mit im Unternehmen sind. Nachdem unsere Tochter Miram jetzt schon seit zehn Jahren im Unternehmen ist, ist Analea, unsere jüngste Tochter, vor eineinhalb Jahren eingestiegen. Und unser Sohn David ist jetzt im Herbst mit eingestiegen. Und das ist natürlich etwas ganz Besonderes für ein Familienunternehmen, wenn man einfach merkt, dass die nächste Generation sich einfach auch identifiziert mit dem, was man aufgebaut hat und da einfach auch neue Impulse mit reinbringt. Jetzt ist Ihre Firma ja auch im sonnigen Freiburg. Genau. Da ist man vielleicht ein bisschen verwöhnt von der Sonne und es strahlt gerne. Und ja, wir haben in den letzten Jahren einfach begonnen, auch die Sonne als Symbol einfach auch stärker in unserer Kollektion darzustellen. Und da ist dieses Jahr ein ganz besonderes Schmuckstück entstanden. Das ist hier der Anhänger Solen. Da haben wir jetzt praktisch Circonia in Baguetteschliff in der Mitte und in Brillantschliff außenrum. Und es gibt natürlich ein magisches Feuer und magisches Leuchten. Das ist natürlich hier toll in Szene gesetzt. Wir haben jetzt hier im inneren Bereich Circonia und außen auch. Nur in unterschiedlichen Schliffvarianten. Genau. Unterschiedliche Schliffvarianten. Also alles von Hand gefasst. Und wir haben dann auch noch diese konkave Innenfläche so mit der typischen Bernd-Wolf-Oberfläche. 24 Grad Goldquartiert auf Silber. Und damit hat man einfach eine ganze Vielfalt von verschiedenen Effekten. Jetzt sieht man hier jetzt zwei unterschiedliche Varianten. Die trägt ja jetzt auch ihre Tochter. Wie sind jetzt diese zwei unterschiedlichen Modelle entstanden? Gibt es dazu eine Geschichte? Also die Konkar-Form, die haben wir im letzten Jahr in unsere Kollektion reingenommen. Und für mich ist ganz besonders, Kollektionen weiterzuentwickeln. Und so wollte ich aus dieser konkaven Form mit dem Rahmen aus Stein im Brillantschliff einfach was Neues schaffen. Und hatte das Thema Sonne im Hintergrund. Und so habe ich dieses Schmuckstück dann einfach in diesem Jahr mit reingenommen. Und ja, sie sehen einfach an meiner Tochter, mit jeder Bewegung hat man hier wunderschöne Lichtreflexe. Ja, nicht nur eine strahlende Familie, sondern auch eine strahlende Kollektion. Hier kommt die Sonne tatsächlich ganz klar zum Vorschein. Ich bedanke mich, vielen herzlichen Dank und noch erfolgreiche Geschäfte. Dankeschön.